Hallo Minecraft Freunde, weiter geht's in Piston House Survival. So, heute haben wir wieder vollständig alle da und sie sind alle irgendwie unterwegs und flitzen alle rum. So, den Empfang zu Rose werde ich demnächst verlieren, schätze ich, weil Rose ist ja jetzt wieder sonst wo. Ja, ich mach mich auf den Weg zum End. Wir haben hier jetzt sozusagen die Verbindung, aber das soll ja noch hier... Levelfarm. Kannst du nicht, der Endermite ist tot. Nein, stimmt ja, da war ja was. Das heißt, wir machen ein bisschen frei, aber noch Öl. Was? Wo ist denn Methos, da kann man den... Wollen wir nicht schauen, dass wir den Endermite wieder hinbekommen? Das wollte ich im Stream machen. Ich... Wie lange streamst du denn immer? Kommt drauf an, wie lange wir Bock haben und wie... Wer ist denn wir? Ja, die Zuschauer. Naja, also ich sag's mal so, mindestens die Hälfte hat schon ab... oder fast alle werden schon ab der Hälfte keinen Bock mehr haben, nur das fällt dir nicht auf, weil die Viewzahl konstant bleibt, weil dann eben immer wieder welche nachkommen. Äh, okay. Kann sein. Ich mach im Monat ja auch fast doppelt so viele Abonnenten, nur eben die Hälfte von denen, die ich dazu bekomme, sagt sich halt, ich will nicht mehr dabei sein und dann muss die halt weg. Und deswegen mach ich den halt, mit Einführungsstrichen, nur so 1400 oder so. Nehmt jetzt keiner geschafft, ähm, ich fahre mehr, wo man irgendwie gut level fahren kann, oder? Weil ich die Kohle absammel. Brauchst du die Kohle? Hey. Da so. Ja, aber was hast du denn hier vor, außer Kohle zu fahren? Ähm, ich will hier den Flipflop hinbauen. Da brauchst du nie so viel Platz? Ähm, das soll ja, ähm, noch, ähm, hochgeleitet werden, und so, und überhaupt, ne? Wohin führt eigentlich die Truhe hier unten? Ach, wird das mal... Meters? 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 Wohin führt die Truhe hier unten? Welche Truhe? Diese hier? Äh, die, ins Lager. Ach so, und ich renne nochmal hoch. Ups. Okay, dann renn du mal hoch. Ne, das muss nicht sein. So. Dank. Okay, jetzt will ich, ähm, will ich, will ich, ähm, genau. Ach, sie hat dort unten bei der Mob. Ich brauche ein Redstone Block. Hab ich, hab ich ne Workbench? Ne, hab ich natürlich nicht. Äh, warte mal, ich hatte doch, hier war doch irgendwo ne Workbench. Keine Ahnung. Wollte nicht bei mir sein. So. Soll nie bei dir sein. Redstone Block? Meters? Ich wollte nie bei dir sein. Hab immer mir zu mehr gesetzt. Hier ist ein Ambosrunden. Echt. So, das heißt, äh, machen wir den da hin. Dann brauche ich die... Oh, ich brauche Pistons. Moment, ich müsste eigentlich... Warte mal, waren hier nicht irgendwo noch Pistons? Irgendwo, irgendwo waren noch Pistons. Da. Vicky Pistons. Ich höre Pistons. Na, ja, äh, ich hätte eigentlich normale nur gebraucht, aber, äh, die gehen auch. Seit wann sind hier alle Kisten leer? Ich weiß nicht. Hast du leer gemacht? Die waren schon, äh, die vielen... Warte mal, wo denn los? So, dann... Die, äh, die untere, da habe ich gerade den Stein reingetan und die dahinter sind, die sind schon immer leer gewesen. Oh, okay. Oh, ich brauche noch... Fackeln. Nein, Pay, ich habe dein Signal verloren. Nein, haben wir nicht, weil... Ist du disconnected? Rose? Nein. Bist du noch da? Ja. Wo bist du denn gelandet? Bei der Sortiermaschine? Nein. Nicht? Bei der Redstone-Maschine? Nein. Aber ganz schlecht. Ganz schlecht. Was ist denn eine Redstone-Maschine? Warte mal, da haben wir doch Holz. Keine Craften? Sortiermaschine. So, ja, da bin ich auch. Und da habe ich gerade, äh, mehrere Doppeltruhen an... Clean Store reingetan. Gut. Aber auf jeden Fall genug. So. Oh, Meters, die Laufwege hier im Pistenhaus sind ätzend. Äh, dafür kann ich nichts. Äh, ja doch, du hast ja designt. Äh, nein. Nein. Ja, doch. Nein, die sind zufällig so geworden. Nein, sind sie nicht. So, äh, Nüpfle drücken. Wollte nie bei mir zu sein. Gut, dann brauchen wir das einmal da oben, 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 oben. Da werde ich wahrscheinlich einen Repeater brauchen. Können wir es hier dann auch gleich noch machen. So, machen wir das so. Das ist für das Licht, oder? Ja. Ja. Ah, okay. So. Äh, ja. Genau. Ich weiß, ich baue das Ganze ein bisschen umständlich, aber hey. Macht ja sonst nichts. Das funktioniert nicht. Weiß. Ohne, die nehmen wir auch mit. Wenn wir schon mal gerade da sind. Ach, fast bis ganz nach oben. Böser Aufzug. Sag nicht Böser Aufzug, dann macht er das nächste Mal gar nichts. Mach doch aber so nicht. Boah. Ne, da war kein Raum, aber hier war doch irgendwo noch. Na gut. Wollen wir es runter? Kann es sein, dass dieses System, was da die Items nach oben schmeißt, ein bisschen langsames? Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Wahrscheinlich werde ich einen Repeater brauchen. Auf jeden Fall brauche ich da einen Repeater. Äh, machen wir uns ein. Machen wir uns ein. Ist ja alles kein Problem. Wir haben ja alles dabei. Und irgendwie halten gerade alle die Klappe hoch konzentriert. Ja weil Payne mir die Lust nimmt irgendwas zu sagen mit seinem ständigen Mühe. Ja, ist das halt. darauf das ist das halt folgende ständig leute das klingt ja das ist ein kanal damit höchstwahrscheinlich verknüpft ist naja muss ja sonst gibt es die jungen jetzt funktioniert das aber ich will dass das ein bisschen eher reagiert und deshalb machen wir da noch einen kleinen trick dann hat das nämlich eine sofortige reaktion so genau mich wohl die dinger hin für meter ist ja mal bitte irgendeine luke dass man hier schneller zu so einem system kommt anstatt hier erst japan mäßig über alle möglichen sachen drüber zu hüpfen warum brauchst du es nicht weil ich für sowas zu bleiben ich hatte doch hier noch von diesen steinen dachte ich finde die alle hin ok ich habe endlich mal wieder ein rotes schaf gefunden die waren irgendwie alle verschwunden jetzt habe ich wieder eins gefunden damals noch als ich die ganzen geburtstagsgeschenke gebaut habe so nur zeitgeschenke das müssen wir auch noch zu weihnachtsgeschenke ich habe auch letztes mal die ganze zeit mich versprochen ja doch mit weihnachts und geburtstagsgeschenke hier ist noch ein rotes schaf ich habe sie gefunden und hier sind so genau jetzt passt das haut das gut aus glaube ich ich hier unten noch mal schauen das geht jetzt alles machen da müssen wir nämlich dann auch noch rund um ich bin gerade sowieso noch mal dabei leute macht man vorschlag im was für material machen wir die die dicke in der mobarena heute würde ich sagen so passend aber ich habe es da und nein ich habe es da und bloß nicht aber wir haben so viel cobblestone ja ich weiß ja aber cleanstern will ich auch nicht ich könnte birkenholz mal wie viel bürkenholz haben wir haben gar nichts mehr wir haben einen birkenwald hinter dem pistenhaus wir haben keine baumfarm leute wir haben keine baumfarm brauche so moment mal ich glaube wenn man aus dem pistenhaus rausgeht dann stehen da so das war die bücher vom weihnachtsgeschenke ich glaube die dienen alle nur zur dekoration damit es natürlich aussieht natürlich genau wie der round average die will ich behalten ein bisschen genauer gucken was wir hier ausschmeißen die werde ich auch mal noch vorsichtshalber bei mir wer weiß vielleicht will ich doch noch irgendwo licht machen ouch ja dann für die reparatur äh das kann passen ein bisschen genauer gucken was wir hier ausschmeißen ... ... ... ... ... ... das auch das auch das auch bei mir und warum habe ich gerade das doch nicht hier getroffen bekommen keine ahnung so und ich gehe jetzt machen ich finde ich jetzt wie wäre es wenn du dich vorher darum kümmerst dass die items auch richtig sortiert werden bevor die neue hinzufügen die werden noch richtig sortiert das habe ich gesagt wenn ich das in der aufnahme machen ja man kann sich noch erinnert durch gesagt habe wenn ich das in der aufnahme geht es wieder doch hier gar nicht mehr an pain die sind doch die bleiben doch alle hier hängen weil das bisschen interessant direkt geschaut was funktioniert das ding gemacht ich glaube die so weit schon gestaut sind ich gehe mal bis dorthin wohin sie gibt es wohin sie gestaut sind wo haben wir den bis zu dem ist hier nicht sagtest du wo hatten wir die birken hier ist noch hinter dem haus draußen dann bis wir haben riesige wird gestalt wohin dann bist du aus weil das sieht den wald vor lauter bäume nicht hier alles aber keine bürken hinter dem häuschen was ins lager runter und hier bis hier ist gestalt aber erstmal muss ich hier ein paar zombies loswerden hier ist wo ich stehe ist gestaut cool so hier zombie schlachtung du wenigstens mal ja werde ich jetzt ja ich habe ja schon gelett ja hast recht so erledigt echt jetzt ich bin doch mal fertig werde hier so ok also hinter dem wgf wie viel sind da haben wir hier in der männer essen böse in der mensch böse in der mensch so habe ich bisschen weihnachtskuchen gegessen ok coole spitze nein oh wer war das äh mister creeper ah ok gibt's ja nicht ich will holz haben nicht prügeln ähm was soll ich machen äh stimmt ja ich hab das von von alphastein habe ich mir das mal angehört das ist ja auch immer das ist ich kenne dieses den ist ja aus wie photoshop also steigen kennst du nicht nein also was verpasst auf jeden fall ich denke mal jama oder alphastein könnten sich sicher gut verstehen doch der ist recht witzig ja denke ich auch das habt ihr ja mal zu herrleinen gesagt und ich kann den typ nicht ausstehen das ist höchstwahrscheinlich bei jama die eines ist bei mir wenn die kinder keine keine aufnahmezeiten also ich ja auch nicht gut ist ja so langsam könnten hier mal setzen gefallen und nein ich habe jetzt nicht vor dass er glaubt hier abzubauen das fällt von allein erst einmal mit einer art karte von diesen dingen weil wenn ich jetzt von dort hin irgendwas bräuchte da würde ich niemals bis dahinter laufen da wäre es wahrscheinlich einfacher das zeich zu fahren ich meine ich mir kann das doch nicht mehr haben wir doch jedes kommt ja beim system in die hinten an was wir haben kann ich rede ja sortiersystem ist nicht mehr oder die 1 neue oder nicht neuer und wird zeit wieder für setzlinge würde hier noch was rumliegen hook bei 9 9 9 die den die die nicht nur an der gelbernte wo ich doch sagen so was machst du wer so gut das weil ich holz brauche ich keine ahnung warum der das macht vor allem warum macht er das so schnell ich will schon sie ihr macht das schnell wir haben genug eisen macht den eisenachs ich habe ich habe ja mal dann gehen was diamanten farmen in der höhle macht sich mitgenommen das fleisch dann hast du auch was zu tun oder selbst nichts macht da habe ich gar nicht nach wir nehmen schon seit 15 minuten habe ich jetzt blöderweise gar nicht aktiv seit 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 17 uhr 11 und jetzt haben wir 17 27 minuten aufnehmen merkt man ist das immer noch nacht so ist noch dunkel ich frage mich wie lang ist eigentlich in minecraft macht acht minuten und fünf mindestens zehn weil ich weiß dass ein tagesrhythmus in minecraft 20 minuten sind aber das ist meine szenen aber ich weiß nicht ob das von mir vielleicht von schwierigkeit oder so abhängig ist was ja sein könnte dass dann von mir außen da auch eben in der schwierigkeit schwer kürzer ist und die nacht länger steht bestimmt auch ich kann das wirklich ich kann jetzt nicht im wiki google also ja mal doch genau die google alles klar auf manchen seiten kann man googeln ich wette das geht auch fürs wiki also ich könnte auch das im ich könnte auch im minecraft wiki google da müsste ich da vorschreiben seit doppelpunkt minecraft oder sowas wie auch um die adresse ist aber nämlich runter um zu fahren und das sind direkt zimmer akte minecraft punkt kann es sein dass man durch den bieten schneller hunger bekommt weil man sich so schnell bewegt eigentlich nicht weil habe ich so das gefühl weil ich habe hier ständig hunger und ich habe ordentlich gefuttert ich habe den ganzen kuchen weg war es der ganze gute Weihnachtskuchen ich bewahr mir den auf auch wenn er dann vermutlich schlecht sein wird und für jede teppich vor aber einen ein ding machen ein ding was nein ich wollte kasselig auch was ist ein licks jahre eine truhe pain macht das er macht er macht ein sortiersystem von mir aus links und rechts spurig da wäre es schon nur noch halb so lang aber hast du kannst eine zweispurigkeit weil du kannst du nicht erwarten dass irgendein armer mensch wirklich hier hinterläuft und das zeug raus und das zeug hier nimmt okay heute heute ist halt mal eine holzfarben folge bei mir bekommt nichts anderes ich habe keine lust mehr wie du hast keine lust mehr weiß dass bei mir jetzt in pizza drüben steht die langsam kalt wird und pain macht mich wahnsinnig mit seinem ja wir machen wir machen auch weiter beim nächsten mal ja da kannst du auch jetzt gleich essen gehen und ich will aber was abhaben ich schicke es dir zu versprochen aber du ist das dann auch ja klar wenn es wir drei wochen später schickst nicht mehr nein du isst das wenn ich so schicke ich will ein video beweis du hast du diamanten habe diamanten gefunden nein ich habe auch einen der nennt sich karamelldiamant und ist ja noch näher vom eingang also ich würde sagen ich habe auch reichlich nach also glück drei lohnt sich so sehr ok bis zum nächsten mal und tschüss 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 tschüss